Wie schon letztes Jahr, so sind die Abschlussprüfungen auch in diesem Jahr ein bisschen anders als gewöhnlich. Vor allem die Prüfungstermine haben sich verändert. Mancherorts ändert sich auch der Ablauf oder gar der Inhalt. Was sich aber nicht ändert, ist die Vorbereitung darauf. Und nach wie vor sind die Osterferien dafür der beste Zeitpunkt. Wer in diesem Jahr seine schriftlichen Abschlussprüfungen im April oder Anfang Mai schreibt, der sollte die Osterferien sinnvoll nutzen, um sich darauf vorzubereiten. Nach all dem Unterrichtsausfall der letzten beiden Schuljahre ist das dieses Mal umso wichtiger. Aber zwei Wochen Osterferien mit Hasenjagd, Osterbrunch und Feiertagen will man auch genießen. Darum brauchst du einen klaren Plan, wie du diese Ferien eben sinnvoll für das Lernen und die Freizeit nutzen kannst. Gut, dass das überhaupt nicht schwierig ist. In schriftlichen Prüfungen wird prinzipiell alles abgefragt, was du in deiner gesamten Schulzeit gelernt hast. Allerdings nicht auf dem Niveau, auf welchem du das ursprünglich gelernt hast. Du musst also weder Schreibübungen für das Große und Kleine U machen, noch wird getestet, ob du das Große 1x1 auswendig kannst. Vielmehr bauen in der Schule die Themen aufeinander auf. Kannst du Thema Z, hast du automatisch auch Thema Y und Thema X verstanden. Das bedeutet, dass du im Grunde genau weißt, was dich in der Prüfung erwartet. Es sind genau die Dinge, die du in diesem und auch im letzten Schuljahr gemacht hast. Bevor du jetzt alle Unterlagen hervorkramst, kannst du dir auch einfach die Prüfungsaufgaben deiner Schulart und deines Bundeslandes der letzten Jahre ansehen. Die findest du im Internet oder in Büchern, in denen alle schriftlichen Prüfungen der letzten Jahre gesammelt sind. Diese Bücher kann ich dir wärmstens empfehlen. Sie enthalten auch gleich noch die Lösungsvorschläge zu den einzelnen Aufgaben und sind echt super zur Vorbereitung. Frage ruhig mal, wen der im letzten Jahr seinen Abschluss gemacht hat. Vielleicht hat er das Buch noch und gibt es an dich weiter. Diese Bücher oder eben auch das Internet bieten dir einen extremen Vorteil. Sie zeigen ganz deutlich, mit welchen Aufgaben du rechnen musst, wie diese aussehen und was in der Lösung von dir erwartet wird. Du wirst von den Anforderungen deiner Prüfung nicht überrascht sein. Wenn überhaupt, wird es wegen all dem Homeschooling einfachere Aufgaben geben. Schwieriger wird es aber nicht. Du kannst dich deswegen allein mit diesen Sammlungen der vergangenen Prüfungen bereits hervorragend auf deine eigene Prüfung vorbereiten. Deswegen kann ich sie dir auch nur empfehlen. Was das Lernen angeht, so ist es ratsam, wenn du für jedes Prüfungsfach jeden Tag ein bisschen etwas machst. Warte nicht bis zum Ende der Osterferien oder den Tag vor der Prüfung. Das mag bis jetzt für dich immer ganz gut funktioniert haben, wenn du für Klassenarbeiten gelernt hast. Jetzt schreibst du aber keine Klassenarbeit, sondern eine echte Abschlussprüfung. Du bekommst keine zweite Chance, wenn diese schiefläuft. Die Prüfung dauert länger, sie zählt mehr und ist anspruchsvoller. Das verändert zwangsläufig auch deine Vorbereitung. Jeden Tag eine Stunde für jedes Prüfungsfach zu lernen, ist dabei deutlich entspannter als zwei Tage vor der Prüfung zu merken, dass die Zeit nicht reicht, um das zu lernen, was noch gelernt werden muss. Plane in deine Prüfungsvorbereitung auch ein oder zwei realistische Probeprüfungen ein. Vier oder fünf volle Stunden lang einen Aufsatz zu schreiben, braucht eine große Portion Konzentration. Übe das ruhig mal. Auch dafür sind die Prüfungsaufgaben der letzten Jahre hilfreich. Such dir ein Jahr aus und löse die Aufgaben unter Prüfungsbedingungen. Keine anderen Hilfsmittel als die vorgegebenen. Kein Handy, keine Unterbrechungen durch irgendwen. Nur du, deine Unterlagen, eine Flasche Wasser, ein Apfel und die Uhr an der Wand. Glaub mir, das lässt dich in der eigentlichen Prüfung viel lockerer werden. Auch wenn die Vorbereitung auf die Prüfung wichtig ist, plane Zeit für dich ein. Wie gesagt, eine Stunde täglich für jedes schriftliche Prüfungsfach reicht schon. Das sind also maximal vier Stunden, die du jeden Tag wiederholst und lernst. Und die müssen nicht am Stück sein. Morgens zwei und am Nachmittag zwei Stunden. Steht dein Osterfest an, gönnst du dir einfach mal einen freien Tag. Das ist völlig in Ordnung. Bei der Prüfungsvorbereitung lernst du nichts Neues mehr. Du wiederholst bloß noch das, was du bisher gelernt hast und ziehst dir eben die vorangegangenen Prüfungen der anderen an. Das ist ein recht entspanntes Lernen, weil du eben nur wiederholst. Die Anspannung kommt von dem Gefühl, bald eine Abschlussprüfung schreiben zu müssen und dann vielleicht mit der Schule fertig zu sein. Ersteres macht dich möglicherweise nervös. Letzteres erfüllt dich mit Vorfreude. Warte nur mal ab, wie das ist, wenn du all das hinter dir hast. Ein unbeschreibliches Gefühl. Freu dich drauf. Warte nur mal ab, wie das ist, wenn du all das hinter dir hast. Die Person mal Ab, wie das ist, wenn du all das hinter direxist sur. es ist gesagt, nicht wahr?